hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge im märchen throwdown mit mir aus gilde nummer zwei ja ich muss jetzt erst mal tief durchatmen ich habe ein sensationelles match eben gerade in gilde 1 gehabt jetzt muss ich erst mal wie sie runter kommen das werdet ihr wahrscheinlich dann morgen sehen so jetzt machen wir erst einmal hier also gilde nummer zwei gegen die karton gegen karton chaos sorry ich bin da neben der spur gerade jetzt wenn wir mal dieses match hier automatisch aus automatisch aus was ein ding was ein so qb mauer damit kommt er ich habe eine ich bin mona oder eier mona dann haben wir den home act teacher und das ding sollte trotz der guten karten wirklich gute karten hier chucky sollte das gewonnen werden ja wahnsinn 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 weiter geht's wer ist der nächste gegner wer ist der nächste gegner v r g m e mein lieber scholli so bürger kriege staffing academy biege schule abschluss und das war's für v a d k m e v a d k m e r d k m e r d k m e r d k m e r d k m vonsberg Rogers Kleiderschrank, Burger Krieger, Lila, Fahrtschuhl Jimmy Junior nebendran. So, das war's, holy shit man. Bob. Warum sollte ich? Mach mal doch den Doktor Bobbenstein, dann sind wir hier auf der sicheren Seite. Marcus B799 Jean Bender, Staffington Academy und die Bending School Grad, Bob Fonsberg, jawohl, megageil, megacool. So, Kainayan, Sandbow, ist jetzt auch gut gelaufen, die Lila. So, Kainayan, Sandbow, besiegt. So, Kainayan, Sandbow, besiegt. Staffington Academy, Bender. Tom Landry, Middle School. Running Back, Hank. Bobby. Ah, vorbeigezogen, egal. So, Kainayan, Sandbow. Komm, Homework Teacher, dann ist die gleich weg. So, dann haben wir die Furzschule für Hochbegabte. Hände des Roboter Teufels. Und das war's. Und das war's. Und das war's. Bender. Benderbräu. Starfink Academy. Princess Little Pitties. Hard School Jimmy Junior. Egal. Alexandria besiegt. Alexandria besiegt. Noch ein Match ist offen gegen Cartoon Chaos. Stitch. Komm, ich muss diese Princess Little Pitties jetzt loswerden. Sehr gut, gegen Stitch auch nochmal gewonnen. 10 von 10. Damit haben wir dieses Ding gerockt. 5.093 zu 1198. Können wir mal ganz kurz hier reinschauen. 26 Leute bei denen. Bis jetzt gekämpft. Bei uns 40. Ich glaub nicht, dass da noch viel mehr mit hinzukommen wird. Knucksters, Nords, El Mosquito, Manu Bayas, Dewey, Gabriel, Dee, James, The Go-Sitan. Da macht er mit. Beim Rumble macht er nicht mit. Aber beim Siege, da macht er mit. Marunga, Dreifuchs, Benisa, Beni, Herrgleich 2, Joseph, Schmobi, Anderson, Zardos, Mark Foul, Outlaw, Deak, Bobob. Quarkmüller, Player, Wovan, Fanzinho, Kickstrike, Simal, Ililililil, Lord Universe, BBBBB, Tovelli, Wanda, Hila, Raffi, Traffi, Suarez, Slimchi, Fred, Der Pi, Karate, Ditti, Max, Max, Albertus, Magaloe 500 und William B. Ja, damit haben wir mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit dieses Ding hier gewonnen. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Aboniert den Kanal. Und schreibt es jetzt mal wieder an, wenn Sie da ist. Animations Router mit mir, wenn da ist. Und reinwärts. Bis dann.